Hallihallo meine Bienchen und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blackmeister, bin mir draus getappt Wow, ist mir sicherlich viel hier unten rein zu gehen Oh ne, ist ich dein Ernst? Gibt es da keinen normalen Notausgang? Ich habe gerade eben noch gefragt, ob es nicht einen normalen Notausgang gibt, aber nein, wir müssen durch die ganze Fabrikhalle mit radioaktiven Chemikalien und Chemikalien. Das war erst mal Schluck getrunken Meine Güte Ah, ne? Nee, ach, gut, dass du gespürt hast Okay, wo geht's hier lang? Das waren drei Schüsse Hacker Oh ne? Ah, Mann! Ah, das gibt's doch nicht Doch, bei Roller Ich dachte, ich hätte das Ding hier ausgewählt Okay, machen wir das einfach nochmal Ganz ruhig Und gelassen Danke Ich bedanke mich bei den Entwicklern von Blackmeister Und Half-Life 1 Für dieses wunderbare Spiel Außerdem bedanke ich mich an meine Zuschauer, die dieses wunderbare Spiel Gerne sehen Und mich gefragt haben Wann mal wieder eine neue Folge kommt Ah 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 so ich brauche mehr kisten weil ich brauche mehr loot hier ist kein loot, was ist hier? was ist hier loot? ah, oh, 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 oh eh, eh, noob was gibt es hier so spannendes? ah, nix, okay einfach nur so die Entwickler dachten sich, ja, ja machen wir mal rein, ne ja, okay machen wir aber mal rein machen wir einfach rein, ja das ist jetzt zwar kein, aber gut so ey okay du gehst mal vor sagst mir, ob es sicher ist und du kommst mit ah, die Flasche explodiert auch nochmal gut gut, dann halt nicht da lang düm, düm, düm ich will aber da hin oh, okay au boah, ich merg grad, mir ist schon so ein bisschen kalt ach, der war eine Leiter gut, hätte ich auch vorher draufgekommen können, dass der eine Leiter ist ich dachte mir einfach, ne ach so ach so ach so das heißt ja, ich muss da das heißt ja, ich muss da, oh warum ah oh ja, Morphium ah, wieso fällt der denn da unter wieso läuft der ja halt, ich drück nur W und der läuft schon so schnell mit Shift sprinte ich auch nicht schneller oder ähm überlauf langsamer das heißt, es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich den da hinfahren kann ah ah ah, ist klar aufzuwackeln ah, alles klar ah, alles klar nein, ich halt die Schnauze halt die Schnauze wie wäre es, wenn ich das Spiel einfach denste liere das klingt nach einem guten Plan, habe ich recht oder habe ich recht ja, hör auf dagegen zu laufen und lauf einfach vernünftig Idiot man, man, man ja, man, dieser Gordon Freeman er duckt dich oh oh, muss man so einbauen ok, danke danke, spiel danke mich recht herzlich an das Spiel natürlich an die Entwickler dann die Familie an den gehörigen der Entwickler, danke mich auch nein fall einfach runter, gut nicht so schlimm nee, kein Problem damit ich Idiot wo bin ich denn jetzt schon wieder hier 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 wo hier hier Oh Mann, ich dachte, ich hätte jetzt perfekt abgepasst, aber nee, war doch nicht so. So, jetzt muss ich hier lang, jetzt nicht da lang, nicht da lang. Geh da nicht lang, ich glaub hier lang. Okay. Hihi. Echt praktisch, wenn man hier arbeiten würde, einfach Müll reinwerfen. Fertig ist. Hi, Kartons. Tschüss, Enopes. Ja, ich hab das Spiel gelöst. Hier geht's wirklich lang. Ähm. Oh Gott, nee. Wer baut solche Maschinen? Ganz ehrlich. Wer baut sowas? Dem ist gefährlich hier. Ein wenig, das haben wir wieder fast voller Energie. Wir haben sogar voller Energie dadurch bekommen. Ja. 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 Ich glaub, da kommt gleich was. Weil wir haben jetzt Munition und können Munition verschließen. Logik bei Pausenbrot. Abonniert mich. Na, ich nehm die hier. Nimm die Munition auf, bitte. Okay. Nehm ich jetzt mal mit. Loading. Lade Bildschirm. Lade Bildschirm. Wir laden. Wir laden das Spiel. Wir laden. Beeil dich mal. Ach Gott. Okay, doch. Warte. Okay. Vielen Dank, dass du gewartet hast. Spaß dich. Leck mein Arsch. Ja. Leck. Also so. Du bist eine Kiste. Okay. Unzerstörbare Kiste. Anscheinend haben wir welche versucht einzusperren. Kann ich nicht hochklettern? Was ist das denn für ein... Ja. Es geht doch. Ne, es geht nicht. Geht doch einfach da hoch. Wie soll ich hier weiterkommen? Ja. 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 Ähm. Ich versuch mal auf der Leiter hochzukl... Ja. Ach, Mann. Was? Dich, dich, da! Dreh dich doch vernünftig um. Bizu. Blöde Leiter. Komm wieder her. Ja, es steht. Ja, das ist ja. Nein! Na. Na. was soll der scheiß ich weiß es geht hundertprozentig nicht aber ich versuche es trotzdem ja das bin ich ja gute leiter machst du gut sehr gut sehr gut pausenbro 2015 so da hoch vorsichtig da und dann zack jetzt da hoch ja lauf dagegen idiot muss ich da oben drüber laufen wie komme ich da so hin ja ok lauf einfach den leiter hoch gerade eben ich glaube nicht dass es so gewollt ist alles klar leiter verpiss dich ich mag dich nicht mehr kann ich vielleicht gabelstapel fahren ich kann hier hoch okay das erreicht hat schon mal einiges ja spring einfach zehn kilometer darüber ist okay power man ja hier komme ich auch nicht lang hä wie soll ich denn darüber das spiel macht mich fertig dummer schuld das sieht ja nicht ja dreh dich du blöder arschloch warum bist du gestorben du hättest mir aufmachen können alles klar dieser gang sieht gefährlich aus ich würde mal sagen wir sehen nächstes mal was in diesem gang ist und bis dahin abonnieren nicht vergessen denn ich bin der sagen umwogen nö ja ihr wisst schon ihr versteht schon also bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss